Willkommen zurück zu SPA Far Cry. Sind wir wieder. Wo ist Fett hier? Erstmal mit der Gabelstapler. Wir müssen die Atombombe dahin bringen, ist der Plan. Okay, das reicht. Wir bringen das hier noch hinter uns und dann verschwinden wir von hier. Habt ihr wohl schon gesehen. Da drüben! Du kannst dich nicht verstecken! Komm schon! Gucken wir da mal näher ran, da müssen wir was treffen. So. 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 So weit. Es dauert nur noch einen Augenblick bevor sie eintrifft. Soll ich mal die Gänge bringen hier. Fahr mal her damit. So. 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 Die Waffe. Wo geht denn die Welt durchgehend? Was geht mit der? Nee, ich will den Schaffel abschießen. Du! Du kannst mich noch! Gut gemacht Jack, Sie haben es fast geschafft. Oh, sorry. Ich habe schon etwas aufgetauft, als ich mir durch die Decke geworbt ist. Okay, nur noch ein Tor. Sie müssen das Tor zur Mutter-Gen-Kammer öffnen. War da nicht was? Da ist er! Du bist am Ende! Ist alles okay? Das ist in Hielos! Das ist in Hielos! Was ist das für ein Ort? Ich hatte keinen Zutritt. Zu diesem Bereich der Anlage hatte ich keinen Zutritt. Tolle Szene. Jack! Sie müssen sie unter allen Umständen beschützen! Los! Beeilen Sie sich! Was ist das los? Okay, geben Sie mir Deckung, während ich das Ding scharf mache. Beeilen Sie sich! Wir haben ein Zuhause! Mehrere! Kontakt verloren! Ist alles okay? Ist alles okay? So gut, den Sie jetzt mal fragen, wenn er mal vorhin tot umfällt. Wie läuft es? Bleib! Oh! Ah! 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 Hey, wo ist das? Okay, hier wird es langsam ungemütlich werden. Oh, 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 oh. Das war's. Hast du was gesehen? Ach du Scheiße. Ja, Shotgun, die ich fresse, weh mir nicht lange. Weil die war, glaub ich, schlimm gefährlich. Also wuschvoll war. Ah, ne Shotgun, okay. Ah, oh. So. Das war's. Jack, take a look into the future. Nature has failed mankind. Mere humans like you are about to be obsolete. I've only taken a few thousand years of evolution and put it into a test tube. Survival of the fittest. Good luck. In his own hands, right? Thanks. Oh nein. Ich hab' zehn Schuss. Jetzt nur noch einen. Ich hab' zehn Schuss. Ich hab' den Englischen mit dem Börschen akzentiert. Ich hab' den 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 Börschen akzentiert. Endlich. Ich konnte mich eine Zeit lang nicht melden. Jack, geht es Ihnen gut? Tja, ich habe mich in einem Dschungel voller Mutanten verlaufen, aber sonst geht es mir gut. Wie geht es Ihnen denn so? Ja, ja, ich hab' ja schon verstanden. Wenigstens sind Sie noch im Leben. Sie müssen sofort aus diesem Bereich verschwinden. Soweit ich es beurteilen kann, verläuft der beste Weg, den Sie nehmen können, direkt bei den befestigten Mauern hindurch. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht weit von Ihnen entfernt sind. Der Börschen! Das war's. Oh, das halte ich von euch. Idiots. Offenbar sind alle Trigene dieses Forschungsbereiches ausgebrochen. Von jetzt an sollten Sie sehr vorsichtig sein. Ich hab ja gar nicht gedacht. Jack Nicholson oder wie man es. Ich bin Jack, aber egal. Ich kann bei den Namen von dem Typen, der jetzt in der ganzen Zeit funkt, ehrlich gesagt, nie mehr hängen. Schießt euch einfach gegenseitig. Das habt ihr gleich gesehen. Hier ist Selbstbleibens unmöglich im Spiel. Ich bin Jack. GÜW WEir, ZUKW Doyle, mein Armor ist in der Gegend! Wie bist du wirklich? Ich dachte, ich habe die Antidote. Die Antidote sollte man das tragen. Aber ein Containment-Link könnte user zu kommen mit dem Mutagen. Das ist was zu Krieger. Krieger ist es tot? Er hat einen Agenten entwickelt, um ihn zu spüren zu halten. Er ist noch auf der Behandlung. Ich bin sicher, dass er es mit uns erreicht hat. Ich will sehen, ob ich ihn in eine Sample sprechen kann. Frage nachher. Ich würde es nicht sehen. Ich gebe mir lieber eine MP anstatt 50 Taus, wie sie hier waffen. Danke. Anscheinend verhindert er mit einem großen Stabilisator, dass der Vulkan ausbricht. Hoffentlich können sie ihn überall dort finden. Ich habe kommen sehen, dass das passiert, aber ich wollte es halt einfach so machen. Oder über die Lava fahren, kein Problem. Was war das? Alter, der ist da geflogen. Wer ist da? Wer ist da? Was war das? Was war das? Oh! Ich könnte es nicht richtig abhängen. Oh! Ich weiß auch, wie man alles jetzt darf, dass es wohl geht. Ich weiß auch, wie man alles darf, wenn man alles darf, wenn man alles darf, wenn man alles darf. Und sie können der Spaß jetzt sein. Wer ist da? Keine Ahnung wo ich hin muss und es schießen tausend Leute auf mich die ich nicht alle töten kann weil die so viel aushalten ist nicht machbar ja eigentlich wollte ich mich ja gar nicht einmischen aber wenn das dann passiert, kann ich nicht mehr gehen ich werde dann auch mich deklarieren Ich bin der Schrauch, ich bin der Schrauch! Ich glaube, er ist mir gefallen, da werden noch ein paar abgeschlossen. Ja, wunderbar. Das ist aber auch scheiße, Alter. Ah! So, ich fühle mich nicht frei. Das ist ein Horror-Gehner gerade gewesen. Was? Das ist ein Horror-Gehner. Das ist ein Horror-Gehner. Okay. So, ich mache ein richtiges Schauschusengewehr. Komisches Pilotzeug. Was der schlechte DMR ist. Ähm... Ja, Mann, das ist ein Horror-Gehner. Oh, mein Gott. Was ist denn hier aus? Was ist denn hier aus? Genau, zieh dich auf! Du Dreckskerl! Mach dir das Spaß? Jawohl, schießt deine eigene Mäh in die Luft, Idiot! Gott sei Dank, jetzt hier gerade kurz gespielt. Boah! Ist alles okay? Das ist halt aber nur unfair hier. Dass du weggeaimt wirst. Schnapp dich neulich! Nimm dies! Ich nehm' mich auseinander! Was zur Hölle? Schnappt ihn euch! Schnapp dich! Schnapp dich! Schnapp dich! Schnapp dich! Ich denke, du musst dich gedrehen. Schnapp dich! Schnapp dich! Schnapp dich! Schnapp dich! Schnapp dich! Ich hab den vorne nett geworfen. Diese Idiots. Und nach hier. Okay, let's go. Post-battle. Post-battle. Der Mutagen kann nur durch Subdermal Injecten sein. Ich wünschte, dass ich die Kredite genommen habe, aber ich hatte keine Zeit, um den Serum zu vorbereiten. Du solltest sein, dass du ein schönes Spezimen bist. Gib es noch eine Stunde, viel weniger für sie. Der alte Mann war immer ein für Melodrama. Sehr gut, dass er keine Hände für Business hatte. Doyle, du würdest nicht. Natürlich würdest du. Arbeit für die Regierung taught mich, dass wo es ein Weapon gibt, es Geld zu machen. Warum hast du nicht nur Kredite gemacht? Die Trigen sind sehr glücklich, und du hast nur ihre Vater verletzt. Ich würde gerne sehen, wie sie die Nachrichten nehmen, aber ich habe ein Super Mutagen zu verkaufen. Doyle, wenn du uns die Antidote geben, du nicht das Island ist. Jetzt, ich weiß, dass du mir nicht glaubst, bis ich eine Pfeil auf deinem Kopf habe, aber es ist wahr. Entschuldigung, Jack, ich werde es benötigen. Entschuldigung, wenn ich deine Hand nicht schraube. Scheiße, das Radar, Alter. Wir haben uns infiziert. Der Panner! Ich komme für dich, Mann. Dann knallen wir uns, den Idiot. Ich will mal glauben. Ich werde auch gucken. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wo bist du? Die sind aber doch in der Hand behalten sollen. Soviel kommt hätte ich nicht gedacht. Nehm ich, nehm ich. Ich gebe immer noch den Sniper mit. Soviel. 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 Oh mein Gott! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie sind nicht gerade einfallsreich, was? Ist da drüben jemand? Damit hatten Sie wohl nicht gerechnet, was? Nein, bitte. Verstehen Sie doch. Man hat mich geschickt. Die haben alles mit angesehen. Sie können die Zukunft nicht verändern. Mag sein, aber ich kann verhindern, dass Sie ein Teil der Zukunft sind. Breckiger Bastard. Aha, Projekt Far Cry. Das sehe ich als Spiel oder so. Ja, alles klar. Das war Far Cry 1. Wir haben es durch. Ja, es war auch kein einfacher Spiel. Ich sage, wie es ist. Es war ein bisschen schwererer Shooter hierunter. Aber das heißt, kein Weg durch das schlecht war. Ich hatte jedenfalls mal ein bisschen so Subtick-Mag. Aber gut, bei alten Clunky-Shootern kann man das, finde ich, auch haben. Ich finde trotzdem, ich habe es durchgespielt. Ich habe mich trotzdem durchgebracht, ohne mich jetzt durchquellen zu müssen. Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht gerade. Die Szenen, wo man dann auch mal hier so ein bisschen fast wie ein James Bond durchgelaufen ist hier durch die ganzen Vorstellungsdinger und gegen Gegner geschossen hat. Da war es tatsächlich echt gut und hat auch viel Spaß gemacht. Trost, das Alter ist ein sehr guter Shooter. Auch immer den Alter, wie ich das schon anmerkt, auf jeden Fall. Klar, Klausel 4. Nicht gerade jung. Merkt mir das Spiel auch an, klankendes. Aber habe ich jetzt nicht davor, wo es Spaß zu haben, immerhin. Bis auf zwei, drei Stellen. Hier sind die am Ende, wo ich ein bisschen unverfahren und in einem Bossfighter mit einem Helikopter. War das jetzt nicht so viel, dass ich jetzt übertrieben an vielen Stellen nicht weiterkam. Brauchte bei zwei, drei Stellen ein paar mehr Versuche. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich hoffe, dass das trotzdem ganz okay war das Display für euch. Und hoffe, ich hatte noch Spaß an dem Display. Ich hatte schon Spaß am Spielen, muss ich sagen. Aber das war das erste Far Cry. Ich habe das auch noch vor, natürlich die anderen zu spielen. Ab dem Dritten hat es dann Ubisoft übernommen. Das war das dann auch von Crytek. Das war schon ein bisschen auch ein Worldiger. Gucken wir doch mal, wie der dann ist. Und den habe ich nicht kennengelernt. Ich habe auch noch gar nicht ganz so viel Essen, die ich jetzt auch nicht kannte. War ja komplett blind. Wie gesagt, dabei muss ich sagen, hat euch sehr viel Spaß. Das ist ein altes Schuh-Test. Und ja, hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Schauen. Schauen Sie mal, Let's Play. Würde mich freuen, wenn ihr das hattet. Und ja, wenn es jetzt noch nicht so weit ist und euch das Let's Play gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sei denn auch gesagt, schaut gerne da um meinen anderen Produkten vorbei. Ich mache Let's Play von allen Genres. Vielleicht ist auch für euch schon etwas anderes dabei. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt dann später irgendwann wieder in einem anderen Far Cry. Ansonsten würde mich sehr freuen, wenn wir euch noch in einem Projekt auch wiedersehen. Und ich würde sagen, das war das Far Cry-Einsatz, babe. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei was auch immer ihr von mir schaut. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ja, das war's. Ich würde sagen, jetzt nochmal am Ende für alle, die bis dahin dabei geblieben sind. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Eventuell kommt noch übrigens, kann eine Stelle angekriegt werden. Die ganzen Far Cry-Spieler auf jeden Fall auch noch. Was ich noch sagen kann, eventuell gucken wir uns auch nochmal Mods an, welche es es gibt. Irgendwann mal. Hier vom ersten Far Cry. Aber ja. Nichts nicht sofort. Das haben wir noch gesagt. Und ich würde sagen, vielen Dank und auf einen schönen Tag oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal, was auch immer. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.